So, willkommen zurück bei Outlast 2 für die Switch. Wir befinden uns genau da, wo wir uns beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir hier eine Dusche. Irgendwann duscht da. Oder hämmert da gegen die Tür zumindest. Oh, da ist einer wie zum Beispiel an dem Film Carry. Kennt ihr den? Da sehen die auch zum Beispiel durch, ja. Prudelig, ne? Prudelig. Willst du jetzt auf bitte? Ja. Okay. Er kommt! Ah! 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 Ist die hier rein gerannt? Ok, hier gehts weiter. Ja, klar ist die zu. Denke ich mir auch dabei. Okay. Ah, dann ist er wieder. Wir laufen aber wieder weg hier. Ah! What the fuck? Fuck. Gott. Einfach mal irgendwo reingehen. Wo die Tür sich automatisch öffnet. Gar nicht gruselig. Ah! Wir haben meine Batterien deckt. Das ist hier nichts, ne? Ich hab hier irgendwas übersehen. Gar nicht. Ich bin wieder raus. Ah, ist das ätzend. Ja. Ich bin wieder raus. Ich bin wieder raus. Was ist das? Okay, das ist wieder eine andere Treppe. Ich glaube, wir sind gleich wieder in der normalen Zeit. Okay, jetzt ist es wirklich krank. Wir wissen nicht, worum es geht. Aber es regnet zumindest Blut. Schön. So bin ich abgefahren, oder? Es ist wirklich so, es regt einfach Blut. Und wir haben es einfach nicht gut hier, würde ich sagen. So sehe ich es zumindest, was es euch geht. Nun ja, muss man weitergehen. Oh, jo. Alter, Schwede. Das ist viel Blut. Er flüstert, er lügt. So. Das geht ja nicht besser. Äh. Das war jetzt nicht gerade nett. Ein kleiner Kopf. Was soll es sonst geben? Also Köpfe. Okay. Hallo? Ich bin hier, um euch zu helfen. Ich möchte den Inzest stoppen. Oh Gott. Hörf. Okay. Dann gehen wir hier längs durch. Das ist kein Verwandzeug mehr. Ich dachte, ich kann ein bisschen Verwandzeugen. Aber nein. Okay, stecken kann ich nicht mehr. Das ist schon recht gruselig, ne? Okay, hier hat der irgendwann den Kopf gerade eben runtergerollt. Okay, das ist ein Haken hier, ey. Immer gar nicht ab. Gruselig. Okay, das ist ein Haken hier. Okay. Ah! Oh Gott! Was er denn? Wir haben versucht, sie zurückzuhren. Bevor die Krieg schrackt. Aber sie... Wait, Lynn? Sie haben sie gesehen? Sie haben uns gebeten. Die Glückwunig haben sie gebeten. Geh raus! Wir müssen weg! Wir müssen gehen! Alter, es wird immer verrückter hier. Es wird immer verrückter mit Klopter hier. Na klar ist sie verschlossen. Das hätte ich auch nicht erwartet. Wegen, Batterie. Wegen, Verband. Wegen, Verband. Da ist sie nicht raus. Ich bin gleich hier. Ich habe mir einen Computerraum. Ich habe mir so vorsichtig, dass ich gerade eben erst einen Computerraum brauche. Flock, Flock! Na! Nur da längs gehen, wo sie wollen, dass ich längs gehe. Na gut, machen wir das Katzenmaus spielen mit. Ich weiß nicht so viel. Und der Tür hier? Entschuldigung. Ich dachte dass vielleicht irgendein Computer an ist. Nein, was sehen kann doch auch immer. Nein, nicht. Warte ich noch nicht mehr hier drin? Was machen wir denn hier bloß? Was geht denn mit diesem einen Weg hier? Ich weiß nicht, ich muss hier irgendwo... Irgendwo ich muss hier finden. Ich weiß nicht. Was soll ich hier für machen? Da ist ein Bildschirm. Hi Jessica, bist du da? Hi. Es funktioniert so seltsam. Kann dich da drüben tippen sehen? Dreh dich um. Ich hab gar nichts gesehen. Dreh dich um. Genau hin und hin. Dreh dich. Dreh dich. Was? Kann er da genau sehen? Was? So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. Wo soll ich denn da drüben? Da. Ich kann dich sehen. Was war das auf deinem Bildschirm? Das Fenster, das du zugemacht hast. Nichts. Ich blöde nur rum. Ganz verstehe ich dieses Computer-Ding nicht. Ich helfe dir gerne. Link winkt dir zu. Moment. Gemeinschaftsschützungen bietet für die Größe besonderes Geräte. Wer hat Kontrolle? Alle Bildschirm sind ein bisschen durch. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Da war sie. Da war sie. Da war sie auch schon wieder. Mein Gott. Okay. Doch alle sind ein bisschen psycho hier, oder? Wo geht's denn hier hin? Oh, schon wieder der Heini. Mann. Oh, schon wieder der Heini. Mann. Ah. Nervig. Den ganzen Weg jetzt wieder da hinlaufen. Oh nein. Ah, dieser Assi, der hat mich. Was ist mich los? Oh, Spalter. Ah, der Gudich und mich um sie,玻야지 tatsächlich welcheucher verlegen. Oh nein. Pufff! Und meine Duele Inter线? Was natürlich er hat mich für das Gefühl? Ist da noch wehen? Will ich noch kurz? Ich habe jemanden. Warum soll man gar nicht riefen? Wahrscheinlich keine Laute macht oder so. Aber irgendwie geht sie auch nicht weiter. Ich bin links. Ich bin abgefahren. Doch, vielleicht kriege ich ihn. Ah nein! Das war ja blöde von mir. Ich muss ruhig. Oh! Oh! Niiiice! Oh nein! Nein da! Warum krabbelt er denn nicht da durch? Warum krabbelt er denn nicht da durch? Kann ich hier sehen? Ah! Oh nein! Warum haut er nicht ab? Oh! Oh mein Scheiß! Ich glaube ich muss auf jeden Fall da hoch! Oh Gott! Auf jeden Fall da hoch! Auf jeden Fall. Oh nein! Oh! Oh mein Mann! Oh mein Mann I enrollment all das They people. ich ja nicht das ist einer schon Das muss irgendwo längs gehen. Wollen wir mal rauslaufen? Wann rennt er die Treppe nicht hoch? Wann rennt er die Treppe nicht hoch? Wann rennt er die Treppe nicht hoch? Warum heilt er sich denn jetzt? Was soll denn das? Alter, Schled ist das ätzend. Wie blöd ist das denn? Warte jetzt einfach hier ab und hoffe, dass er durchrennt, damit ich mich einfach einlisten kann. Warte, kann man rennt nicht mehr? Warte. 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 Hier wieder zurück? Wäre ganz pur, wenn das noch einmal rauskommen würde. andere hat er nicht gesehen wird weg das war einer oben glaube ich das Das geht jetzt noch mal. Denk uns wahrscheinlich hier drin. Wenn einer mal hier hochkommt. Auch da. Da geht der eine. Da geht's. Oh. Ganz cool. Ah. Ah. Alter. Die Weichen rüber. Da geht's. Oh. Oh. Ich bin hier. Okay. Ich kann mich hier längs hangeln. Okay. Eieiei. Viel Action gerade. Dann sind wir beim Fenster offen. Da können wir glaube ich rein. Okay. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ich glaube das reicht erstmal. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. 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 Bis dahin.